Hallo und herzlich Willkommen, ich bin euer Hennes, Chef Alemann oder auch der Punkt der Chef genannt. Ja, ich bin wie ihr seht schon langsam ein bisschen definierter, der Speck geht langsam runter, da ist noch viel dran. Ich möchte mein Gewicht halten und ich habe jetzt ein richtig tolles Produkt gefunden. Hier ist Berrio, das zeige ich euch mal. Hier, das ist Kakao Nips, Lukuma, Lukuma und Kakao Nips. Das ist irgendwie folgt, 40 Gramm braucht man davon, es braucht dann Milch oder Soja oder Hafermilch, je nachdem was man haben möchte und das kocht man dann einfach auf. Ich zeige euch das jetzt mal und das ist ein super Foursnack vor den Pumpen und man braucht echt nicht viele und das macht es schön satt und gibt nochmal richtig Energie. Pass mal auf. So, wir haben einen kleinen Topfer, wir gießen als erstes unsere Milch rein. Wir haben hier in diesem Fall Reismilch genommen, mit Vanillearoma. Jetzt gießen wir hier unsere 50 Gramm ungefähr von diesen schönen, alt-müsli-formenmäßigen Stuff sag ich mal jetzt. Also jetzt müssen wir das einmal auskochen hier. Unter ständigen rühren ungefähr 3 Minuten. So, unter ständigen rühren ungefähr 3 Minuten kochen. Also erstmal aufkochen, damit es überhaupt anfängt heiß zu werden und dann zeige ich euch gleich, wie es aussieht, ok? So meine Freunde, ihr seht ihr, das wird langsam richtig fest, wie so ein Brei. Ich gebe das jetzt hier in so eine Schale. Ich gebe noch so ein paar Nüsse dazu. Und natürlich die Schiazan. Das ist unser Policiii.